Ja, dass ich etwas am Waldrand links gehe, damit ich dich von der anderen Seite decken kann. Und MG ist tot. Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer neuen Folge H1Z1 King of the Kills. Kann ich ein Polizei-Auto holen? Ja, mach doch. Was, Polizei? Da ist schon. Ich hole das hintere. Ich hole das rechte. Ja, dann hole ich das rechte. Ich gehe an den Wöhlen runter. Ich versuch's zumindest. Alter, wie viele gehen denn da noch runter? Einige. Fuck, ich bin noch... Alter, das überlebe ich nicht. Ich hab's. Halt! Bleib an! Bleib stehen! Let's fahren! Alex, nimm das andere, nimm das andere. Wieder fünf Schaden. Wo ist eigentlich... Aber wir packen die Scheiße rum. Nimm das Polizeiauto, Alex. Du kannst es dann nicht stehen lassen. Bayern, nimm du das sonst. Ja, ich seh's ja drin. Wo bist du, Elfie? Dazu, ich bin wieder bei diesen... Äh... Nach Bürogebäuden dort. Ich versteck mich auf dem Klo. Wo bist du, MG? Äh, bei den Wöhlen. Auf dem Klo. Da oben? Oh Gott, ja. Ja, komm mal runter. Wer holt die ab? Äh! Ah, Alex, was machst du? Ja, wir fahren zur Villa, Alex. Ja, fahr vor. Ich fahr vor. Lass uns da hinten treffen. Wo bist du, Elfie? Bei dem Bürogebäuden hinten, hinter der Police Station. Oh, ich hol dich ab erst. Einsteigen bitte. Oh, da wird schon geschaffen, mit der AK. Ja. 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 Oh, da wird schon geschossen, mit der AK. Ja. Ah, Bayern, du Arsch! Was? Ja, in meinem Video, da ist nix zu sehen. Alter, ramp mich voll, ich überschlag mich voll. Jetzt müssen wir irgendwie zur Villa kommen. So, ich hab zwei First-Aids-Kids. Hier wird aber hardcore geschossen. Lassi, wo bist du denn? Ich hab dich überschlagen und mit voll gegen den Baum gekratzt. Das ist so, wie blöd du zum Fahren bist. Halt die Fresse! Bist du dumm zum Fahren. Schau mal was wieder. Weil hier mal die Brücke geklaut. Hier wird übelst geschossen. Na, du musst jetzt gleich rauskommen. In welcher Villa bist du? In der fast hinteren. Fast hinteren? Ja, ich hör das Auto. Ich komm raus. Ja, dann komm raus. Wo auch immer du bist. Hier, 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 hier. Um's Eck, um's Eck. Raus, komm raus, wo auch immer du bist. Ach, da hinten ist ein Atze. Bin drin. Da hinter uns war grad, glaub ich, auch einer. Alter. Ich meine, ich hab da jemanden gesehen. Mich wundert's, dass ich das überlebt hab. Wir haben einen schwarzen Polizisten hinten gefangen genommen. Ja. Vielleicht bin ich einfach nur Gefangener. Wir fahren direkt auf. Langsam ruhig beim Bayerwald auf. Das bringt jetzt eh nichts. Ja, Alter. Wieso bringt Villa nix? Ja, weil ihr bei der Villa seid gleich. Ja, das dauert noch ein bisschen. So, trifft er die Lücke? Ja, er trifft. Er wird durchgefahren. Er trifft die Lücke. Ja. So gut musst du auch mit Körfieber sein. Ja. Das wird ja richtig schön geballert in der Stadt, ey. Wieso, hörst du das? Du bist doch mit dem hier. Nein, das sieht man, sie guckt ja oben die Nachrichten an. Ach so, ja. Ja, ja. Die sterben da, wie die fliegen. Warum hörst du das? Hier war noch keiner. Okay, gucken wir mal. Ich brauche nicht hören, ich kann lesen. Hat einer, äh, braucht einer Schrotze von euch? Ja, Gott. Okay. Nix für mich da. Ja, oder wir nehmen hier mit. Okay, ich nehme mich. Schrotze könnte eifeln. Ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich die Schrotze auch schon eingepackt, wenn er sich nicht rührt. Was machst denn du da hinten? Auto hinter uns? Ja, können wir aber nix machen. Dreh ab, dreh, fahr scharf links. Ja, schieb mal ein bisschen, danke. Hier haben welche vergessen, ne? Ja, einer ist, einer liegt rum. Was bist du für ein besoffenes Schwein? Und sowas für ein LKW, weißt? Lebensmittel. Ja, da sind ein paar rausgesprungen. Na, ja, da sind ein paar rausgesprungen. Ein paar ist gut gesagt, drei Leute. Man spritters gleich alle. Wenn ich Joghurt wäre und mit dir mitfahren, dann wäre ich dann nach Assau heute. Ach, Quatsch, so schlimm fahr ich doch gar nicht. Du fährst mit besoffenes Schwein. Hey, wir leben noch alle. Was ist denn da kaputt? Alle haben mir gedacht, dass wir direkt instant tot sind und überleben doch kein LKW. Der fährt, der fährt eigentlich scheiß zusammen. Fahrt ihr mit deinem Auto, oder was? Nö, der fährt hinter mir. Und der fährt so einen Müll zusammen, der Klerk. Na, ich war der Meierweiter gewesen. Wo fährt ihr denn rum? Ich glaube, wenn wir jetzt zu Wittersland von hier sind, dann sind wir wieder rum. Jetzt liegt er auf dem Dach. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Leck mich am Arsch. Lass Natze nicht zurück. Das muss ich wegen dem Pisser umdrehen. Das war ja zu blöd, das zu fahren. Nimm gefällst. Beschwer dich nicht lang. Hast du die Scheiße mitgenommen? Ja, ich hab den Sprit mitgenommen. Ja, steig ein. Pissenhase. Hast du die Scheiße mitgenommen? Ja, ich hab den Sprit mitgenommen. Hä? Das ist dann, wie wir uns verstehen. Ja, ja. Ich sag Scheiße, er denkt Sprit. Passt doch. Müssen wir uns aber beeilen. Ich bin ja eh schon unterwegs. Die Karre ist halt mal nicht schneller. Da geht's lang. Oh Mann. Rechts. Fahr nicht gegen die Brücke. Fahr nicht gegen die Brücke. Halt die Fresse. Wir brauchen für Eifchen noch Waffen. Ja, eventuell. Wir könnten hier rechts fahren und looten. Wo rechts? Wo müssen wir dann hin? Ranchito und überall. Ist eine Möglichkeit. Richtung Ranchito müssen wir gleich. Hier vorne ist doch auch noch ein Haus. Ja, okay. Das ist ja easy. Wir haben genug Zeit. Wir können ein paar Waus looten. Wir können alles looten. Alles? Die ganze Welt? Ja, ja. Die ganze Welt würde ich jetzt auch nicht. Aber bevor das Gas losgeht, haben wir noch genug Zeit. Ich hab keinen gesehen. Sind die Autos noch hier? Hier war irgendwo doch ein Haus. Ja. Ist ja gut, dass ihr doch die Karren rumstehen habt. Weil sonst würdet ihr eh nicht weiterkommen. Mit der kaputten Karre. Ich meine, eine Pistel hab ich im Moment. Das ist jetzt auch nicht der Burner. Das ist nicht wirklich was, gell? Auch im Keller nicht. Nein, nein. Wir sind noch herrunden. Da ist ein Dix. Komm, lass hoch. Ah, da ist eine Hütte. Brit haben wir jetzt nicht mitgenommen. Hier riecht einmal Schottkammut. Nee. Ja, das kann ich nicht brauchen. Da liegt eine AR. Hier steht noch fucking Kraft. Hier auf dem Termin. Ah. Passt. Weiter geht's. Du bist zumindest ein bisschen gewappnet. Ja, ja, passt schon. Ich hab nur eine Schrotze. Eieiei. Jetzt bin ich gefahren. Hier liegt noch eine AR hier unten. Wir fahren jetzt zu diesem Dorf bei Villers da. Hier unten liegt noch eine Schrotze bei, ja? Ja, die nehm ich mit. Ich nehm mal die AR-Muhn hier mit. Er macht das nicht immer nach oben. Tag kann ich nicht. Ich hab keinen Platz. Das wird er noch dem Dank. Ich brauche irgendwie noch einen Rucksack. Hier liegt gar keine ARK hier unten. Diesmal. Da steht noch ein Auto. Ja, liegt ja auch nicht. Ja, da liegt ja auch nicht. Warte, ich geh raus. Rucksack brauche ich erstmal. Wann haben wir irgendwann? Folg uns einfach. Die passt alles drin. Ja, folg uns einfach. Mhm. Ja, ja. Wir fahren zu dem Dorf hinten. Alter, bei mir packt das grad voll rum. Ja, ist bei mir vorhin in der Wartelobby. Das ist nur der Beifahrer. Das ist nur der Beifahrer. Da muss den First Person. Nee. Da werde ich seekrank. Da hab ich lieber den Bug vor Gesicht. Das ist aber nur bei einzelnen Autos. Beim Polizeiauto ist das oft, aber. Haben wir hier noch irgendwo ein Madcat rumfliegen? Ich hab auch noch keins gefunden. Was ist das? Ich hab zwei, wenn es wäre. Ich hab noch keinen Rucksack, seh ich grad. Geil. Ich hab einen, ich hab einen Militärer für dich. Doch, ich hab einen. Wollt ihm noch ein paar Angranaten rum? Können Sie gerne mitnehmen. Du warst unten im Keller schon? Ja. Ich fahr extra nicht mit Turbo, damit wir den Sprit nicht komplett verpauten. Ich fahr sogar mit Turbo. Ich hab genug AR. Ja, du holst der Part auch. Ich hol den da schnell, ja. Ja, draußen steht der Jeep. Ich hoffe, dass da noch Autos stehen, weil wir haben zwei Prozent. Ja, sonst fahren wir mit meinem dann weiter. Ist hier keine fucking Handwagen? Ich weiß nicht mal, ob wir da lebend ankommen mit dem Spritz. Aber komm, wir müssen los langsam. Ja, ich hab. Das reicht auch. Ich denk, dass hier keiner mehr vorbeikommt. Nehmt jeder ein Auto, wenn er zwei steht. Ich kenne auch euren Fahrstil. Ja. Auf geht's. Wäre wohl besser. 540 Schuss für die AR. Wie zu abbiegen. Das läuft bei dir. Ah, gefährlich. Unten steht ein Auto, was normal nicht so steht. Welches? Ah, ja. In der Mitte. Ich seh's. Okay, wir steigen rum. Da hinten kein Jeep standen ist, gell? Ja, aber ein Pickup stand da hinten noch. Fahr da mal eben hin. Dann hol ich mich weg. Was ist weg? Na, jetzt geht's wieder. Hat dein Spiel kurz geladen, diesen Dings, ne? Ja. Aber ich hab jetzt einen Auto-Sound. Nice. Geil. Dann hörst du die Gegner besser. Kannst du mal schießen mal? Ja, ich kann schießen, ja. Dann hörst du die Gegner besser. Eben, ja. Geil. Wollten wir mit einem Auto fahren oder wollten wir beide nehmen? Ne, wir fahren mit einem. Ich hör keinen Ausdruck. Nehm beide eins. Ihr seid verrückt. Nehm beide eins. Komm, wir looten hier kurz. Oh, nehm mal eine Spark-Plox raus, hab ich vergessen. Ah, jetzt hör ich das Auto wieder. Ah, nehm ich raus. Jetzt, wo es rollt. Also Rangito wollen wir, gell? Ja, Richtung Rangito. Das heißt, wir gucken, safe-Zone, äh, E2, E3, dann sind wir schon safe. Boah, wie hier nichts rumliegt. Ja, okay, da fahr jetzt einfach cool nach Osten, fertig. Ah, fast. Stun-Grenade könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ja, das ist ja eh für ein Eimer, die Stun-Grenade. Ja, natürlich. Macht ja gar nichts, das Teil. Na, eigentlich sollte die, äh, sollte die ein bisschen stunnen, aber tut sie ja nicht. Aber da ist wirklich nichts. Wenig, äh, es ist was da, also ich hab ein First-Lake hier rausgezogen. Ja, Pistol brauche ich jetzt nicht unbedingt, also, pff. Na, er wäre noch geil für mich. Ah, hier ist noch ein First-Lake hin. Ja, ich hab auch grad eins am Grill gefunden. Müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja, das ist ja was liegt hier. Wenn nicht, fahren wir oben zur, äh... Uah! Die Karre, wie die ausbricht. Oben, oben Camping-Dings kommt. Ja, ja. Passt, passt, passt. Was, Camping-Dings? Äh, treffen wir uns hinterher ein Schiefer bei dem Campingplatz, oder was? Wir fahren da auf jeden Fall hin. Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier wieder eine Straße finde. Weil wir sind da bei C2. C2? Salut! Oh, salut! Salut! Comment ça va? Oui, ça va, comment ça va? Ah, hi, 4. Hallo! S'il m'appelle Baguette, wie tu es war? Wie tu es war? Wie tu es war? Oh mein Gott, ein Franzose erschießen! Ja, sofort! Sofort erschießen, also sofort! Wie war das so schnell mit Dreckssau, irgendwas? Was, Schweinesau, Pille, Mann, Arschloch, oder was? Ne, Drecksfotzen, Schweinesau, das ist ja... Ja, Drecksfotzen, Schweinesau... Schweinesau... Schweinesau, Pille, Mann, Arschloch. Ah, geil. Gummiii! Ne, brauchst du keinen... Hier war schon jemand, hier war schon jemand. Ah. Hier war überall schon jemand. Ja, jetzt gibt's Vollgas. Ja, ich gibt Vollgas. Diese Aussagen von Bayer, hier war schon überall jemand. Wie viele sind da eigentlich noch? Ah, 45. Ach genau, ich hab wieder was Aufnahme... Äh, Fenster drüber. Ich seh bloß Puh! Was siehst du? Ich seh nur das P von den Playern. Der Rest ist vom Aufnahmefenster überdeckt. 44. Ah. Hat vor einer gelieft. Ja, und noch einer. Da ist wohl jemand aus dem Team gestorben. Was ist denn da unten aus? Hier war auch schon jemand. Was ist denn da unten aus? Ja. Dann schau mal zu der kleinen Base dort. Oder die Wohnwegen da. Ja, ich fahr mal weiter auf jeden Fall. Also E3, wir sind safe, oder? E2. Du, ist die geheime Base safe? Oder? E3? Schau mal. E3 ist safe. Geheime Base. Wo ist denn die nochmal? Da hier links gleich vorne. Hier war keine? Ja, könnte safe sein. Hier liegt ne Shotgun, falls jemand noch keiner hat. Ja, ich hab Shotgun schon. Hier liegt ne A ja hinten. Ja, wobei wir brauchen eigentlich nix mehr. A, ich komm schon. Ach, da liegt sowieso keine da hinten. Ne. Also können wir auch durchheizen. Ja. Einen Helm haben wir, Rucksack haben wir. Ah, hier Vollnasen und Flachpfeifen. Haben die die Mausraddrehung geändert? Keine Ahnung. Also wenn's von oben nach unten. Ach, die Reihenfolge ist mir auch. Ja. Ja, wenn du nach unten drehst, kriegst du erst mal das scheiß fucking Fernglas. Also wenn du hochdrehst, dann kommst du aufs nächste, okay. Muss ich mir merken, wenn man's anders gewohnt ist, dann, naja. Keine Ahnung, wieso ändert man sowas eigentlich total sinnfrei? Siehst du auch ein Pfeil? Ja. So, immer wieder mal durchblitzen, gell? Ja, die sind hinterm Berg. Sind die Flachpfeifen? Hinterm Berg. Jemanden eraxt? Nope. Ne. Müsste da hinten irgendwo sein. Wo seid ihr denn? G, drei? A, zwei. A, zwei. Möchtest du den Tank auch mal? Ja, so ganz. Komm schon. Müssten wir jetzt eigentlich nördlich fahren. Oh, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Ja. Das sieht aus wie ein Stein. Ab durchs Gebüsch. Ich sehe ein Pfeil. Oh, oh, vorne. Sehe ich sogar zwei. Ja. Auto, von vorne, da sind sie. Mein Gott. Ich sehe die Pfeile nicht. Ja, die sind doch jetzt hinter uns. Ja, weil hier hinter uns sind. Die sind gerade alles vorbeigefahren. Oh, okay. Eiskalt haben wir vorbeigeheizt. Das ist der Vollpfosten. Müssten gleich mal tanken, Bayer. Waren wir nicht. Sind da 24 Prozent. Das ist ein Haufen Zeug. Da kommt ja noch Killinge. Wo ist eigentlich Eis hier? Wie viele sitzen bei euch jetzt im Pickup? Drei. Wir werden aber nur zwei Pfeile angezeigt, okay? Ich bin hinten drauf. So. Ja, du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Das leckt so. Deswegen. Ihr wollt echt. Ich hab'n Schuss gehört. Ja, Bayer war das. Ich war's nicht, weil ich fahr' nicht schießen. Sonst wär's nicht gewesen, ja. Ich hab' eigentlich versuch' Wo fährt die Flachpfeife hin? Ich hab' eigentlich versucht, I4 hinten auf der Ladefläche zu treffen. Und du weißt ja nicht, wo er sitzt. Sitzst du in der Mitte? Jetzt sind die doch zu geheimen Basequare. Ja, klar. Wollen sonst. Oh, voll reingefahren ins Auto, ey. In deinem Ernst. Einfach mal zwei Autos Damage machen. Der 180er Moon braucht kein Mensch. Glück hat unser Auto kaum Damage gekriegt. Beziehungsweise gar kein Damage. Oh, hier liegt noch ne AK. Ah, wir fahren dann eh mit unserem weiter. Das ist ne Schrotflinte. Okay. Ja, ich hab' mich doch schon umgesetzt. Schnauf halt leise. Wir fahren eh nur mit einem weiter. Nein, wir fahren mit zwei. Ich fahr' mit dir nicht. Vor allem nicht auf der Ladefläche zu dritt. Bei den Kisten. Nein. Eif, hier kommen sie. Wo müssen wir denn hin? Ja, stopp. Bei Bayer, Eif. Er liebt das Risiko. Er liebt das Risiko. Eigentlich hättest du durchziehen müssen, Fresh. Ja, eigentlich hätt ich direkt losfahren müssen. Einmal Fehler, immer Fehler. Ja, so schaut's zumindest aus, als würde ich dich chasen. Weißt? Ja, dich jagen. Ach, wenn. Und wenn Natsi hin und wieder einen Schuss abgibt, dann ist es auch noch glaubwürdig. Die Sache ist, obwohl der vorbeischießen will, trifft er auf einmal. Oh, du hast gleich drei zerlegt. Ja. Ja, vier. Joa, jetzt sind sie gerade mal wieder im Sterben. Will hupen können. Ja. Kannst du nicht. Ja. Haar, will hupen. Geht nicht. Ah, nee, E war das. Da haarschte ich nicht aus. Genau, E. E war das. E war alt F4, oder? Ja, genau. Da haben wir einen alten Pferden. Wir haben noch nur 4% Sprit. Ah, ich glaub, wir bleiben gleich stehen. Ja, tank halt nach. Und das fahr halt bei den Profis mit. Sicherlich. Jetzt hört mal das Schießen auf. Ja, sag grad der Richtige. Ich hab drei Schuss abgegeben. Also hier gingen jetzt gerade ein paar Schüsse nieder. Ja, und jetzt ist das Sprit alle. Zurückgeschossen. Der Österreicher hat zurückgeschossen. Doch, wie war das schon. Wieso blutig eigentlich? War er sich getroffen hat. Nö. Wäre lustig. Dann hat's ja wieder schon mal ausgeschaltet durch einen Random Kill. Wo kommt dann dein Airdropi-Dropi-Drop? Weiß ich nicht, ich seh ihn nicht. Kommen verdächtig nie, ja? Bam, 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 bam. Die Idioten fahren ja auch ganze Zeit mit Turbo. Das ist halt so unnötig. Ach, ich seh ihn. Airdrop ist hinter uns. Äh, hinter uns. Genau hinter uns. Wo ist die Handbremse bei der Kiste? Hat keiner. Komme ich euch gleich hinter. Sprit ist gleich wieder alle, Bayer. Nö, nö, nö. Ich hab ja nur 3K-Liste. Ich hab auch noch 2. Eben. Uns geht der Sprit nicht aus. Ihr geht eh in der Sprit aus. 1, 2, 3. Was? Schießen? Ja, was sonst? Achso. Sag halt das. So, wenn ich jetzt von der Seite schießen würde, dann würde ich Bayerwald direkt im Kopf schießen. Nein, der Wahnsinn wahrscheinlich. Stell nochmal. Mio. Boah, ihr bin nur zu nahmen. Ja. Mach dir nur einmal. Ich schieße ihm in den Platten. In den Horn. Ich glaube, wir schießen die zwei gleich wirklich nieder. Dann haben wir auf jeden Fall Sprit. Also, 90. Ops. Oh, Stein, glaube ich. Ich hab nur nach hinten geguckt. Du wolltest nur Bayer zeigen, dass da ein Stein ist. Nicht, dass er dagegen fährt. Ja. Das finde ich nett von dir. Ich hab bis jetzt gar keinen anderen Spieler hier gesehen, ey. Ich auch nicht. Doch, ich schon. Aber der ist dann vor meinem Fenster umgefallen. Oh. Doch. Oh. Ja, da hatte ich Glück. Soll jemand im Haus ist? Tank erstmal nach. Drüben gibt es ein zweistöckiges. Schauen wir mal, ne? Da waren aber bestimmt schon welche. Bayer tanken. Ja, ich fahr jetzt erstmal zu den Zweistöcken. Ja, hier war auch. Ja, und gleich müssen wir fluchtartig hier verlassen, weil sie uns verfolgen und es ist kein Sprit mehr im Tank. Glaub mal. Die Türen sind offen. Sieht gelootet aus, ja. Die Türen sind alle offen. Ist es bei euch? Ist alles... Ist noch was drin oder ist? Ne, ist nix mehr drin. Ist alles voll. Ist alles voll? Ja, die Bomber? Ich auch. Und ich hab... Ähm... Wat, du bist auch voll, gut zu wissen. Ich tank mal nach. Ja. Oh, nein. Die waren jetzt nicht mal weit weg. Nein, die waren direkt auf der Straße. Ich hab die Bomber im Markt gesehen. Ich hab's nur gehört, weil ich grad beim Tanken war. Da vorne steht ein Polizeiauto. Ja. Oh, ja. Weil ich fahr mit Vollgas rein. Nein. Lass das, lass das. Da ist ja immer drin. Tschüss. Platz. Einer ist tot. Oh, Bayer, ey. So wie du fährst, da trifft man gar nix, ey. So aufpassen, der kommt wahrscheinlich gleich zurück. Ja. Ja, steigt wieder ein und wir fahren. Ja, wenn schon klar. Habt ihr gelootet? Ja, ich hab ihn gelootet schon. Air-Drop direkt bei uns. Achtung, Bomber! Aber wo? Direkt über uns. Bisschen links, äh, rechts von uns. Jo, ich seh die Bomben. Ja. Ich hab sie auch gesehen im Schatten. Oh, da war ein Stein. Nur aufpassen, beim Air-Drop ist bestimmt schon jemand. Schau'n wir mal, ne? Hier liegt schon was totes, aber hier ist noch nix. Drehen wir mal die Runde. Okay. Weiter geht die Fahrt. Und war was Schönes drin? Nur Shotgun-Hun. Und Rucksäcke immer. Wir können. Ja, wir können. Soll ich, dass wir kein Mensch braucht. War schon einer bei. Ja. Wir können uns in die geheime Base hocken, Klagefeuer machen. Vielleicht ist dort schon jemand. Schon wieder, meinst du? Wir waren da ja schon. Ja, vorbeifahren können wir ja mal. Ganz gemütlich. Vielleicht sollte ich auf das Haus gucken, gell? Vielleicht solltet ihr gucken, dass ihr nicht im Bomberradius seid, wo ihr gerade drin seid. Nee, waren wir nicht. Sind wir schon dran vorbei. Bomber-Bam waren seine letzten Wörter. Das sagt auch wieder der Richtige. Der, der immer Kopfschmerzen kriegt von den Bomben, oder? Ach, ich überlebe es komischerweise immer. Nein, das eine Mal nicht. Ich war echt nicht am Ärmel. Alter, 24 Leute nur noch. Has fallen. 23. Jetzt geht's da hin. 22. Ja, der eine ist am Gas gestorben. Toxic Gas, ja. Der ist auch in jeder Runde, dieser Toxic Gas. Ja. Toxic Gas ist immer dabei. Und Environment ist auch oft dabei. Ey, hier ist immer noch keiner. Hm, würde ich nie sagen. Hallo, it's me. It's me, I'm looking for. It's a me. Mario. 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 Bomber. Oh my god. Okay, okay. Habt ihr euch jetzt da drin verschanzt, oder wie? Ne, wir tun nur so. Ah, ist ja ein Military-Fact. Ja, es kommt. Ja, wenn es ihm Spaß macht. Sind wir hier noch safe? Ja, ja. Äh, wir waren, der Z war im Regen. Dann ist er ein I-4. Ein wildes I-4. Ich sehe ihn. Fang, er ist mit deinem Prokeball. Ich hab genau deinen Kopf noch gesehen. Äh, du, 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 du. Wer schießt denn hier schon wieder? Ich. Warum machst du denn so was? Ich wollte was testen. Was, du willst mehr Krach? Ich könnte mir mal meine Gauze reinhauen. Alter, wie hier, wie hier voll auf Einschussloch ist drin, ist in der Holzkiste. Die 5% Schaden. Oh Gott, wie lange der braucht, bis der aufsteht. Ist ja Wahnsinn. Boah, wir campen uns mal wieder zum Sieg, oder? Ja, wie immer. Jedenfalls überleben wir diesmal länger als in der vorigen Runde. Das ist in meinem Auto. Ja. Irgendein fremder Bestand. Ist ja schon mal was wert. Raus. Ein fremder Mann. Schöner fremder Mann. Und wir sind immer noch selbst. Alter. Ja, dann bleiben wir halt sitzen. Ist ja alle kein Problem. Ninjas müssen halt im, ja, dunklen agieren. Was ist denn sie selbst auch noch? Oh mein Gott, die wird ja gar nicht kleiner. Doch schon, ne? Ja, aber nicht hier. Aber alles halt hier. Wir könnten die Autos hier vor das Garda parken, weißt du, und als Bollwerk benutzen. Ehrlich zum Sein, die Größe der Safe Zone sollte sich nach der Anzahl ein verbliebener Spieler richten. Dann wäre die jetzt ganz klein. Ne, ganz klein noch nicht, aber kleiner. Ja, das wäre genauso groß wie jetzt wahrscheinlich. Wie bemisst du denn die Größe der Spieler? Wie bemisst du das denn? Na, das ist definitiv für 22 Leute zu groß. Geht, ne? Gut, aber wenn man sich vorstellt, 22 Leute in dem Gebüt, ist eigentlich schon eine heftige Nummer. Und vor allem mal ein Sieg kaum jemanden. Irgendwo kommt ein Air-Dropy-Drop. Direkt bei uns. Ja, bis hin Süd. Aber, das ist ja ganz knapp. Das ist echt knapp. Ja, kommt drauf an, wo er draußen ist. Jetzt. Ja, geil. Aber das wird wenigstens spannend, da kommen wenigstens Spieler. Er kommt ja direkt hier runter. Ne, bis hin südlich ist das schon. Das geht schon. Knapp hinterm Wald, sage ich. Ja. Drücken auf der Anhöhe, wie man so schön sagt, oder? Ne, vor der Anhöhe. Ne, ne, direkt beim Waldende, sage ich. Der kommt sehr nah. Ja. Der ist nicht weit weg. Wie viele sind noch da, Spieler? 22. 22, also 17 Gegner. Aber Gegend beobachten. Nicht nur wir sehen den Air-Drop. Ja, ich schaue hier rundherum. Ich bin oben beim Stern. Den werden wir auch die anderen sehen. Mhm. Ach, da hinten ist Eif hier. Blitzgeratter Pfeil hoch. Mhm. Oh, Air-Drop kommt. In der Aktion. Ey, ich könnte jetzt Bayerwald so in den Kopf schießen, ey. Ach, zack, bin ich auch beim Stein. Ach, da unten. Wie habe ich das gemacht? Es sitzt beide da oben am Stein. Ja, aber er ist da gerade. Ich bin über dem Wohnwagen rausgehört. So, wer will ihn holen? Ich hole. Wie sieht man den von hier überhaupt? Geh mit. Ja, ich sehe ihn gerade vor mir runterkommen. Alex holt ihn schon, oder? Nein, nein, ich liege in der Heimbase, aber der kommt jetzt da hinten im Wald runter. Also andere Straßenseite. Ich sehe MG rennen, jetzt nicht mehr. Jetzt sehe ich nur noch den Pfeil von MG. Achtung, Schüsse von der Base links. Ne, 19, ne? 18. Alter. Ich glaube, dass ich etwas am Waldrand links gehe, damit ich dich von der anderen Seite decken kann. Und MG ist tot. Ich schau mal, äh, ich nehme mal das Fernglas und beobachte mal den Waldrand. Ja, bei der kleinen Base sind welche. Da kommt ein Auto. Oh, fuck. Ja, ich bin tot. War jetzt nicht mit Ansage oder so. Ja, das ist aber eh normal. Einer blutet, der schlägt da rein. Einen habe ich getroffen. Halt die irgendwie da, der Bomber. Ja, der, äh, gute Schattenflute. Jetzt läuft er weg. Boah, der blutet immer noch. Da geht's los. Der Bomber hat keinen geholt. Alter. Gegner sind noch immer dort. Gegner sind noch immer dort. Kommen langsam zu uns. Ich laufe mal zu uns wieder. Hinter dem Heimbase fährt ein Auto. Fährt rechts dran vorbei. Mir egal. Gas kommt. Natze, wo bist du? Bist du noch immer dort an der gleichen Stelle? Ich liege hier zwischen Kapp. Wir sind übrigens immer noch Sä. Seid ihr in der geheime Base? Ich bin hinter der geheime Base. Van liege ich hier. Und wo? Beim Stern? Jo, unten. Hier, Reifel. Also ich sitze zwischen, äh, dem Pavillon hier und der Mauer. Hier, ich hab... Das war eben grad noch beim Brunnen. Nein. Ah, hier. Vorsicht, Vorsicht. Na, Schüsse von rechts, also Schüsse aus dem... Ja, ja, das waren noch die, die beim Airdrop waren. Die werden auf die Autos ballern. Neun Gegner noch. Neun Gegner. Alter. Der Bomber kommt noch wieder. Hab ich eigentlich jemals überlegt, wie ich zum... Wie so neun Gegner noch, elf Gegner noch. Ja, du hast schon überlaufen hab. Weihnachtsspecial mit den Mützen. Ah, hä? Da war ich nicht bei. Doch, da warst du dabei, weil du auch eine hast. Aha, ja, stimmt. Weil du den ersten Airdrop geholt hast und ich mir den zweiten. 14, 13, 12. Das Interessante ist, wenn du jetzt jemanden aus der Ferne triffst, siehst du das mit so einem kleinen X. Ah, Hit-Indikator. Ja. Du hörst es auch leicht. Da hinten ist ein Auto am Dings. Am Air... Richtung Airdrop. Mhm. Pick-up. Ist einer drin. Ein Einzelspieler fährt jetzt Richtung Süden weg. Oder wie Bayer sagen würde, rechts. Ich hör Schüsse von links. Ja, wahrscheinlich war das jetzt der Einzelspieler, der da hingefahren ist. Ja, das war der, der MG getötet hat. Noch einer weg. Nee, das war ein paar mehr. Das ist der, der einer gerade gekillt hat. Haben die sich gerade gegenseitig... Komma kommt. Sechs Gegner. Die Frage ist, sind wir hier gleich noch safe? Ja, ja, wir sind safe. Ja, jetzt noch, aber gleich, die nächste Runde. Die 60 Sekunden sind wir safe. Wir haben zwei Autos, also wir können auch fahren bis zum Umfall, theoretisch. Haben wir auch die Zündkerzen aus den Autos rausgenommen? Ja, aber die 60 Sekunden sind wir eh safe. Ich würde auch nicht mal mehr das Auto jetzt benutzen noch. Also ich habe keinen Medkit. Ich habe auch keinen. Ich habe zwei. Ich tausche jetzt mal meine Waffe. Ich habe die Magnum weggeworfen und habe eine Handgranate ausgerüstet. Ich hoffe, dass es eine Handgranate ist. Wenn jeder von uns einen Gegner holt und zwei sich noch gegenseitig abschießen, brauchen wir auch keine Medkits. Sofern die zwei sich gegenseitig, bevor wir kommen. Oh, die kam jetzt auch ziemlich dicht bei uns hier runter. Ja, der ist knapp über die Kante geflogen, also der ist extrem weit. Wenn ihr aus der Base raus wollt und nicht unbedingt vorne durchs Tor gehen wollt, weil ihr vielleicht ziehen das ja ab oder so, springt über den Campingwagen hinten ans Fenster und dann hoch und dann könnt ihr hinten über den Zaun. Noch sind wir safe. Ja, ich sage es nur schon mal. Warum soll ich mich hier rausbewegen? Die müssen sich hier reinbewegen. Genau. Ich habe das Tor, ziele ich ab hier vorne. Und ich ziele aufs hintere Tor, also auf das im Ost-Nord-Osten. Ja, du musst auf das Tor ziehen, was offen ist. Ihr habt ja von oben alles im Blick komplett. Einem Steinchen aus. Einer wurde gebahnt mal wieder. Schon haben wir nicht mehr vorgekommen. Das ist in zehn Jahren der erste, oder? Die kümmern sich da drum auch mal wieder. Ja, die haben sich ja ziemlich viel auf diese Anti-Sheet-Dings verlassen. Ich habe schon wieder den Namen davon vergessen. Battle-Eye. Battle, ne? Das ist so für ein Arsch. Tschüsser-Eye ist Süd-Süd-Osten. Oder Süd-Osten, je nachdem, wie man es nennt. Da muss ja ein komplettes Team und ein einzelner... Da fährt ein Auto, fährt Richtung Base. Wir sind noch drin, oder? Wir sind safe, ja. Fährt an der Base vorbei, an der rechten Seite von uns, hast du gesehen, vielleicht. Oder fährt auf die Base zu, das kann auch sein. Ja, hält an der Base, hält da irgendwo doch. Das hält da irgendwo. An den Bäumen. Gute ist, dass wir oben sind. Wir können dann gut bei denen herunterschießen. Die gehen jetzt auf die Base zu. Zwei Leute mindestens. Wo, von vorne? Von vorne, ja. Ja, von vorne. Aus dem Süden oder aus dem Wosten? Aus dem Süden. Ich habe einen gesehen. Einer kommt von der Seite. Die werfen was rein, die werfen was rein. Es sind drei Leute. Einer ist links. Boah, fuck, der hat mich erwischt. Der steht drin. Alex hat einen. Ich habe einen. Alex hat noch einen. Nice. Einer ist noch links an der Mauer. Einer steht auch wieder davor. Sehe ich nicht. Der war ein bisschen links. Ich kann jetzt dadurch, dass ich tot bin, über die Mauer gucken, auf meiner Seite. Der ist irgendwo links von der Mauer auf jeden Fall. Alex. Ja, ich kann das Tor nicht ganz einsehen. Wollte ich noch vorlaufen? Nee, bleib hinten. Bleib hinten. Der muss agieren. Der muss agieren. Der ist links. 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 Ah, links am Tor, ja. Der kommt ein Stück vor, Eifel. Pass auf, ne? Wenn ich den jetzt noch einmal sehe. Ich drücke ihn direkt rein. Ich habe ihn. Nice, nice, nice. Sauber. Fehlen noch drei. Ja, das waren alle Gegner, die jetzt kamen. Oh, ich muss mich verbinden. Fünf Prozent. Oh, Gott sei Dank. First Handkit greift. Ich habe nicht einen Schadenspunkt abgekriegt. Ich habe gewartet, bis der erst auf Bayer geschossen hat. Das ist so richtig, Assi. Deswegen bin ich so schnell da umgegangen. Aha. Ja, aber ich habe gleich von der Seite drauf geschossen. Drei Gegner. Jeder noch einen holen, Nix. Das ist ein Teamwork. Ich habe mich halt geopfert. Genauso wie MG. 60 Sekunden. Nicht zu sagen, Kanonen futtern. Die müssen jetzt eigentlich größtenteils hinter uns sein, Eifel, ne? Wenn die schon in der Safe Zone sind. Ja. Habe ich mal eben locker zwei Gegner geholfen. Erdorp kommt west-südwestlich. Der eine hat ne, wenn einer von euch ne AK will. Der eine, der vorne am Tor liegt, der hat ne AK dabei. Ja, ist gerade egal, glaube ich. Ich will da jetzt ungerne looten. Nachher ist dann noch ein Viertag. Naja, nene, nene, ich loote da auch nicht. Ich loote auch nicht. Mit meiner AR hatte ich Glück. Habe ich mir nur geschossen. Also vertraue ich jetzt auf die. Ich will jetzt nämlich auch nicht aus meiner Deckung rauskrammen. Nene, das passt, das passt. Weil mich sieht man hier so scheiße, weil ich lieg hier so halb. Äh, beim Stromasten, rechts von dir. Ah, da ist er, naja. Bomberkopf, vielleicht regelt. Der da ist, der regelt mich. Hat vom Bomber getötet. Nein, noch nicht. Aber... War zu gut passieren. Achtung, der ist noch immer beim Stromasten. Ja, der schießt ihn. Ja, rechts wird geschossen. Da müssen wir nachher aufpassen, dass hinter uns niemand ist. Ja. Er ist noch nicht mehr dort. Oh, das Gas wird knapp. Das Gas wird knapp. Für ihn, oder was? Ja. Für, für, für Alex. Ich weiß nicht. Doch, Alex ist safe. Ich bin safe. Ja, das ist aber knapp. Na, das ist noch nicht knapp. Jetzt ist es knapp. Okay, wir müssen zu dem oder über. Warte, ich komm raus. Wir laufen südlich auch entlang. Dann können wir vielleicht noch das Loot mitnehmen, was hier liegt. Wo liegt denn hier? Ah, hier liegt ein Loot. Oh, ja, der hatte gut was. Alter, wie viele Granaten hatten wir dabei? Hat der noch irgendwo was übrig? Hier wird auf jeden Fall noch AR-Moon übrig. Nein, ja, hier bei dem, wo ich... Leid ihr noch an der Base? Wir sind in der Nähe der Base. Also, mein Loot-Sack wurde nämlich nicht gelootet. Als euch das... Wir laufen am Gas entlang. Wir hatten ja auch keine Zeit für zum Loot. Kommt runter zum Gas und wir laufen da entlang. Du meinst, der hat zu viel Blei gefressen, oder was? Vor meiner AR, ja. Ab wann sind wir safe? Ich hab jetzt 14 Medikits. Auf 11, ja. Ach, der Typ hatte ne AK, der mich erschossen hat. Ja, der hatte ne Green Dawn. Ja, ich hab auch ne AK. Die hab ich jetzt. Ich wollt grad sagen, der hatte ne AK. Vorsichtig, der war genau bei nem Strommasten. Ja, da rechts. Ungefähr 10 Handgranaten hab ich jetzt. Ja, dann fahren wir das Werfen an Richtung Strommast. Wir sind safe hier schon. Ja, warte, lass mich... Gib mir mal eben Deckung. Ich will mal eben Handgranaten ausrüsten. Ich glaub, ist gut. Ich glaub, dass der bei den Bäumen hinten ist. Einfach Granaten werfen wie ein Wahnsinniger. Ja, auf jeden Fall gut für den, wenn der da ist. Wir sind safe. Das ist halt die Sache, der erste Mal. Wohin hast du die geworfen? Richtung, äh... War schon, ähm... Stromm ich grad ein Auto gehört? Ja, so wie ich ins Haus an die Dachlatte. Ja, ich bin kurz... Ja, ich bin kurz... Ja, ich bin kurz... Genug Granaten hab ich, also 5 Handgranaten hab ich noch. Ja, wir müssen erst mal abwarten, wo die kommen. Hebt euch die bis zur letzten Safe Zone auf. Ja. Naja, eh. Das Gas kommt auch ein ganz kleines bisschen von hinten, aber nicht wirklich viel. Also... Immer in Bewegung bleiben. Ja, Sniper müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und wir müssen auch ein bisschen auf den AirDrop aufpassen, dass da nicht ein Bomber noch kommt. Das sieht nicht so aus momentan. Ja, Sniper hab ich bis jetzt kein Kill gesehen. Also bis... zu meinem Tod. Ich hab nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich glaub, die sind hinten... Ich glaub, die sind hinten in den Wald reingelaufen. Könnte sein, ja. Wir müssen halt die nächste Safe Zone jetzt erst mal abwarten, denke ich. Vielleicht ist das ja auch... Ich bin im Gas. Auch gar nicht ein Team. Da hockt jemand... Wo war der? Ha! Der war hinter uns hier. Hier, direkt hier im Busch. Echt? Ja. Was sollst du hocken mit dem Fernseher? Er sagt auch noch irgendwas. Oh man, das war sehr gut. Wir müssen wieder am Gas entlang. Kommt am Gas entlang. Kommt am Gas entlang. In die Richtung. I didn't see you. Eif hier nicht lang schnacken. Nicht, dass die anderen zwei da auch noch irgendwo hocken. Ja, einfach am Gas entlang wieder. Der ist echt im Gas gehockt. Einfach wieder am Gas entlang. Die Base ist jetzt auch raus auf jeden Fall schon. Ja. Immer auch bei den Steinen gucken, ob da jemand hockt oder so. Oh man, das war so arg. Ich denke mir nur, da ist ein Helm. Da vorne sind zwei. Wo? Wo vorne? Vor uns genau. Äh, nord-nord-westlich am Baum. Am rechten von den Zweien da, nebeneinander. Am rechten. Alex, werfen wir was hin? Die lebende Granate, netzl. Ja. Alex hat einen, Alex hat einen nice. Sauber. Da war noch einer. Einer hat den, da. Nächste Granate. Ja. Ich hab gewonnen. Gewonnen. Braw. Super. Nice, Jungs. Nice. Yay, ne Gewinnerrunde. Ein mit der Granate geholt. Wie geil das denn. Und ich hab sogar noch eine Granate über. Ja, geil. Wir sind hier auch fresh. Nach der, nach der ersten Runde so ne geile Gewinnerrunde. Respekt, Leute. Respekt. Nice. Ja, nur weil wir zwei uns geopfert waren. Ja, Alter, ist das Blut bei i4 am Spritzen, ey. Ja, okay. Wir ändern wieder Celebration in 30 Sekunden. Nice, nice, nice. Alter, ja, okay. Aber kann das sein, dass sie die Schussfolge von der AK geändert haben, abgeschwächt haben? Ja, nicht so. Alter, wie i4 am Schrein ist. Ja, okay. Ich hab drei Kills oder sowas hatte ich. Zwei oder drei auf jeden Fall. Drei. Frei hast du. Alex hat auch, glaub ich, drei. Und ich hab null. Dauberfrei. War echt ne gute Runde. Super Runde. Nice, da sterben wir. Mhm. Eieiei. Winner, Winner, schick'n Dinner. Zwei Player. Einen hab ich getötet. Ich hab einen. Ich hab zwei Players killen und ein Fahrzeug zerstört. Wo hab ich nen Gegner getötet? Wo hast du nen Fahrzeug zerstört? Ach, den einen Gegner. Stimmt. Mit der Granate, keine Ahnung. Ja, Fahrzeug zerstört, stimmt. Dein Polizeiauto am Anfang. Stimmt, ja. Ja, ja. Ich hab auch einen Gegner gehört, da erinnere ich mich. Ey, Respekt. Lange ist her, aber egal. Was ist der? Also zwei Autos heißt Sieg. Ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unserem Privatkanal vorbei. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.